Der König-Kitt. 185.367. Seit der Einführung der Baureihe 108.1 im Jahr 1995 wurde es immer glücklicher, was Lokomotiven, Reise- und Güterzugsverkehr als Werbeträger begriffen wird. Im Fall der hier fahrenden 185.367 handelt es sich um eine Sektor-Lokomotive des Typs der Baureihe 185.367 handelt es sich um eine Sektor-Lokomotive der Baureihe 185.367 handelt es sich um eine Sektor-Lokomotive und die Spendenschwierigkeit von 1.40 km. Insgesamt betrifft sich 200 die Exemplare der Baureihe 185. Fass裝-Lokomotive des Typsomsbreches Christian 3.145.70 VirPS 2020 Vielen Dank.